Abdul, Iskaba. Ich möchte dich bekehren zum Islam. Und ich möchte, dass Sie barmherzig sind und mich gehen lassen. Ich werde kein Video für euch machen. Ich werde nicht vor der Kamera sitzen und Sachen sagen, die... Du bist von Nutzen für uns. Jadid sagte, du kannst uns auf Wasser sauber machen. Krankheiten verhindern. Ja. Du kannst wichtige Arbeit für uns tun. Aber du bist ein Ungläubiger. Ich möchte, dass du vor deinen Schöpfer trittst. Nein. Nein? Nein. Allah sieht dich und erwartet darauf, dass du den rechten Weg nimmst. Wir haben Allah gemeinsam, sie und ich. Denn Allah unseres Stammvaters, Abraham. Ich liebe Abraham. Und ich liebe, wie er seine Kinder liebt. Und ja, ich glaube auch, dass Allah mich sieht. Uns sieht. Aber... Nein. Wer bist du, der das alles weiß? Und sich dem Koran verweigert? Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Du bist du, der das alles weiß? Ich bin mir nicht. Nein. Also, was gibt's da unten am Meeresgrund? Schließen Sie mal die Augen. Zumachen. Der Ozean hat fünf Schichten. Dann mal los. Die erste enthält alle Pflanzen- und Korallenbänke. Somalia ist keine gute Idee, Jay. Ich weiß. Viel Glück, Jay. Was auch immer Sie verbinden mit jeder anderen Form des Untertauchens, das passiert da. In diesem blauen Wasser. Okay. Ich bin dabei. Ich auch. Die nächste Schicht ist die des Zwielichts. In der alle Farben und auch das Licht allmählich verschwinden. Die Finsternis, in der Sie jetzt sind. Da unten kann einen keiner erreichen. Ich will nicht sterben, Danny. Nicht an diesem Ort. Ich möchte bei dir sein. Das ist die andere Welt in unserer Welt. Asche zu Asche. Das ist es nicht. Es ist Wasser zu Wasser. Daran werde ich mich erinnern. Machen Sie die Augen auf.